Hallo Leute, Willkommen zu einer neuen Runde QSG auf der Ma... Auf der Map-Community natürlich. Weiß nicht, ich bin grad ein bisschen retarded, da ich irgendwie schon so oft auf der Map gespielt habe und immer von hinten irgendwie so abgesnackt wurde. Und was ich für Themen startet hätte wäre als erstes, dass mein Action... ...geschwarzt ist, das wurde erstmal ein Action-Key. Und das heißt jetzt, dass ich nicht mehr mit Action aufnehmen kann. Und das muss ich jetzt mit Shadowplay aufnehmen, wo die Audio wahrscheinlich, wie ihr hört, nicht so gut ist. Und das tut mir auf alle Fälle schon mal leid, aber geht jetzt gar nicht anders. Muss mir Action selber mal kaufen, damit ich... ...einen Key mal hab. Und den können wir, denke ich, mal holen. Ich geb lieber mal Sicherheit. Und den bekommen wir jetzt, denke ich mal, hoffentlich. Wäre cool. Nice haben wir. Und zwar das Thema ist natürlich die Map da. Das ist eine neue Map-Community. Denk ich mal kennen die meisten. Und ja, da muss ich nicht viel dazu sagen. Und den können wir, denke ich mal, auch holen. Fälle, Fälle, danke fürs Feedback vom letzten Video. Mega nice, Leute. Und den, denke ich mal, holen wir. Und der will clean. Schafft er aber nicht. Denn den holen wir. So, ich try it jetzt ein bisschen rein, weil sonst hole ich den nicht. Und dann haben wir die Runde auch gewonnen. Leute, dann würde ich sagen, tut mir leid, dass jetzt in Partei keine Videos kamen. Und dann, Leute, könnt ihr gerne eine Positivung da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Dann schaut euch bis zum nächsten Mal. Wenn hier zum nächsten Mal. Gut,해�